Herzlich Willkommen zur 205. Folge von Let's Play Social Empires. Ja, heute bin ich wieder hier in meinem anderen Reich, auf meinem anderen Account. Und ja, weil das ist so, ich sag mal schöner so, weil das dann halt auch flüssiger läuft. Und ja, mit kleineren Einheiten macht das irgendwie mehr Spaß als ständig halt diese Großen, die halt immer so lange brauchen. Und ja, das ist dann halt, jetzt finde ich ein bisschen besser hier. Und was haben wir denn im Surmixer? Das können wir doch hier rauskriegen, ne? Ähm, was haben wir denn da rausbekommen? Ach, ein, äh, Average, ach ja, ein Paladin. Ja, das ist ja für mich hier jetzt eine starke Einheit, würde ich sagen. Ein Paladin, das ist ja, ähm, recht gut für, also, ja, auch wenn man halt noch klein ist. Ähm, ne, Dorfbewohner möchten wir jetzt nicht haben, wir möchten, ähm, hier mal da angreifen. Ja, die Trolle. Die stellen ja hier in diesem Level-Bereich eine Bedrohung da. Eine größere als in dem Level-Bereich, wo man schon ganz, ganz viele Drachen und andere Sachen hat. Wie das da zum Beispiel. Für den sind die nichts, aber in dem Level-Bereich hier ist es, ähm, wenn man halt noch so kleine hier Truppen hat, dann ist es schon etwas gefährlich. Aber diese Truppen hier greifen auch schnell an, beziehungsweise es leckt hier halt auch nicht. Deswegen, das kann man hier ganz schön beobachten, dass es hier auch, äh, sehr flüssig ist. Es hat da schon wieder ein Schaf eingefangen. Aber, ja, Schafe brauche ich irgendwie nicht. Ich kriege mein Fleisch auch so. Trotz bester Freund haben wir da mal wieder etwas für gekriegt. Aber das ist so schön, wenn man von dem anderen hier raufkommt, wie schnell die hier die Attacken ausführen. Und, guck mal, bei dem anderen da, da geht das, uh, und noch eine Oma und noch eine Zeitlupe. Tada, und dann ist man endlich an seinem Ziel und, ja, da sind schon 10 Minuten zu Ende. Und man denkt sich, ach Gott, warum bin ich erst hier gelandet? Ja, aber auf jeden Fall macht das dir Spaß. One-Hit ist es trotzdem, ne, deswegen ist es ja, äh, wie viel, wie viel Charme macht der Typ? Ähm, 61, ist nicht gerade wenig, ne, für so ein, für so ein Elite Master Knight. Ja, da kam halt sowas raus, glaube ich, oder? Äh, ist denn auch irgendwas da hinten? Also, diese rennen jetzt ganz schnell mal auf diese andere Seite, weil dort ist nichts mehr hier und, ja, okay. Weil man zoomt, dann rennen die wirklich schneller. Ich weiß nicht, ob das so einem vorkommt oder ob die dann wirklich schneller laufen. Ich weiß es nicht. Aber, ja, es sieht schneller aus, würde ich mal sagen. Da haben wir nochmal eine Schaf gefangen. Ja, Schafe. Jetzt haben wir so viele Schafe und Kühe versklavt. Die warten alle, dass sie geschlachtet werden. Aber, ja, das können wir leider nicht machen. Also, wir haben leider keine Schlachtungsfabrik für die gebaut. Das tut mir sehr leid. Ich weiß, ihr würdet gerne als Steak auf unserem Teller hier landen. Aber, das tut mir wirklich leid. Ihr seid nicht hier, um geschlachtet zu werden. Ähm, ich wollte euch noch nicht mal fangen, aber, ja. Warum haben wir denn hier so wenig Truppen? Das gefällt mir irgendwie nicht. Das gefällt mir nicht. Haben wir hier nicht irgendwie... Ich brauche ja mal Freunde auf diesem Account. Also, äh, ja. Damit muss ich mal Leute enden, weil... Habe ich hier keine Geschenke oder so? Da. Nö. Keine Geschenke. Da hat mir keiner Geschenke geschickt. Das ist ja sehr, sehr unfreundlich. Ganz ehrlich, Leute. 234 Gold haben wir da nur. Ja. Sehr wenig. Aber, Turnier nicht. Wobei, ein Turnier wäre interessant. Aber, kann man erst auf Level 15 und... Ja, aber es wäre schon interessant. Was haben wir denn da? Ja. Hier haben wir die ganzen Inseln. Mal wieder erst das Spiel auf Englisch. Und hier sind diese Inseln zum größten Teil noch verschlossen. Das ist ja auf dem anderen Account nicht so. Wo ich die ganzen großen Einheiten habe. Ach, ist das hier mit dem... Ach, ne. Der Yeti kommt später. Ja, hier ist es erstmal mit den... Sehr einfachen Truppen, wie ich so schön sage. Ja, da macht man mal einen Schlag drauf. Und schon sind sie kaputt. Das sind... Ja, aber... Die haben das Level... Haben wir das Level irgendwie verändert? Glaube ich doch. Weil... Okay. Das Level haben sie garantiert bearbeitet. Garantiert. Weil früher war... Hier noch so ein Durchgang. Da waren ja keine Bäume. Und... Ich glaube, da war auch kein Durchgang. Ich glaube, da musste man sich da durchschlängeln. Sie haben das Level bearbeitet. Eindeutig. Ich kann mich nur erinnern. Guck mal meine alten Videos. Da war das hier anders. Oder auf dem alten Kanal, die Videos meine ich. Äh, da war das, glaube ich, anders. Das... Ja, Trollhöhlen und... Trollzelte. Ja. Das ist hier. Die haben ja hier gekämmt. Wie man so schön sagt in Call of Duty. Sie kämpfen hier und warten. Bis sich irgendwelche Menschen hier hinschleichen. Und dann... Ja, genau. Dann können sie über diese Menschen herfallen. Und... Sie töten. Ja, aber wenn's da doch mal so ein... T-Rex oder so ein heiliger Paladin ist, dann... Geht's leider nicht. Oder wenn's hier ein Elite-Masterkrieger ist. Denn das ist dann für sie doch... Doch die Nummer zu groß. Ne, tut mir leid. Diese Hütten da, die zerstör ich ja immer nicht. Ja, wir sind ja höflich und zerstören nicht gleich alles. Wir haben mal so eine Dingens... Ja. Da haben wir doch unsere ersten 2000 Gold hier gemacht, ne. Es war auch mal was Schönes. Aber ich würd ganz gerne noch das erste Level... Machen. Und dann gucken wir mal. Besiege die Trollhöhlen, um die Kiste zu gewinnen. Ja, natürlich. Haben sie hier in dem Level auch was verändert? Mh... Ne. Soweit ich das hier sehe, ist hier alles gleich geblieben. Nur bei dem anderen war das anders. Außer die Monster, die sind vielleicht anders. Aber das liegt daran, da ich auf dem anderen halt immer auf 3 Sterne spiele. Und hier jetzt auf... Ich glaub 2 war das, ja. 2. Deswegen. Ist er gestorben? Ne. Anscheinend nicht. Zum Glück auch nicht. Wir wollen ja hier keine Toten und Verletzten haben. Ne, ne. Wobei, Verletzte können immer mal vorkommen. Also das ist... Ja, das ist normal im Krieg. Da kommen immer mal Verletzte vor. Also... Aber Tote müssen nicht vorkommen. Man kann das Ganze auch friedlich lösen. Ja. Ja, der T-Rex, ne. Hatte alle aufgefressen. Es tut mir aber leid. Sammeln wir die Truhe und nichts wie weg hier. Ne. Die Units lost. Keine. Schön. Das ist schön. Das ist schön, dass ich keine verloren habe. 3 von 84 Sterne habe ich mir schon mal gesichert. Ich mag diese Insel nicht. Ich mochte die nicht. Ich weiß nicht warum. In den Türmen war das, glaube ich. Attacken. Ich habe Attacken bekommen. Greifen wir den mal zurück an. Greifen wir den an. Oder... Ähm... Oder doch nicht. Ne, lieber doch nicht. Ne, der hat... Ne, 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 ne. Der hat doch, äh... Gute Einheiten. Aber ich meine... Ja, hier ist jetzt mein... Gebäude nicht so gut geschützt. Aber es wird sich ändern. In den nächsten Folgen werde ich... Hier dann auch mal vermehrt daran arbeiten. Oh, guck mal. Hier ist mein Account. Hier. Genau hier. Ja, hier. Also wenn man da mal... Ja, vorbeischaut. Also... Ja, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge... Von Let's Play Social Empires. Oder... Ich hoffe auch einem anderen Video wieder. Schaut doch mal rein bei... Left4Dead2, Minecraft Hexted... Oder... Boah, was... A Tale Two Sons. Oder irgendwelchen anderen Projekten. Egal, ich freue mich, wenn ihr wieder hier einschaltet. Das ist es... Und ich freue mich, wenn ihr wieder...